Hier spricht der atheistische Volksfront Baden-Württemberg mit einer Nachricht an die katholische Kirche. Wir haben Jesus Christus in unserer Gewalt in Form dieser Gewalten Hostie. Wir haben ihn vergangenen Sonntag entführt aus einer heiligen Messe in einer katholischen Kirche in unserer Umgebung. Wir fordern ein Lösegeld von einer Million Euro in kleinen Scheinen für die Herausgabe Jesu Christi. Sollten sie unseren Forderungen nicht für den 72 Stunden nachkommen, werden wir Jesus Christus hinrichten. Keine Polizei, sonst stirbt Jesus Christus sofort. Wir meinen es ernst. Ende der Kommunikation